Bedienung der Maschine am Arbeitsplatz Die Maschine sollte in den vorgesehenen Bereich geschoben und entsprechend positioniert werden und die Bremse bzw. Bremsen der Lenkrollen muss bzw. müssen arretiert werden. Stellen Sie sicher, dass eine Rettung aus dieser Position möglich ist. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine waagerecht ist. Schauen Sie nach oben, unten und zu allen Seiten. Achten Sie insbesondere auf Gefahren, einschließlich behindernde Ausrüstung im Bereich über Ihnen und in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Betreten Sie die Arbeitsbühne und heben Sie die Maschine bis auf die Sollhöhe an.